Wenn bei der Grasernte hohe Schlagkraft und beste Schnittqualität gefragt sind, dann ist der selbstfahrende Feldhäcksler die Maschine der Wahl. Zur Schwadaufnahme mit dem Big X bietet KRONE eine selbstentwickelte Pickup an. Zwei Modelle stehen zur Auswahl. Easy Flow 300 S mit 3 Metern Arbeitsbreite und Easy Flow 380 S mit 3,80 Meter Arbeitsbreite. Wie schon der Name verrät, wird in diesem Vorsatzgerät die ungesteuerte Easy Flow Pickup verbaut. Eine KRONE Entwicklung, die sich in vielen Erntemaschinen schon zigtausendfach bewährt hat. Die ungesteuerte Bauweise gewährleistet einen ruhigen Lauf und geringen Verschleiß, auch bei hohen Drehzahlen. Sechs Reihen mit W-förmig angeordneten Zinken nehmen das Futter sauber auf und sorgen für einen gleichmäßigen Gutfluss. Eine Schnecke fördert das Gras zur Mitte, wo es an die Einzugs- und Vorpresswalzen übergeben wird. Die Pickup wird hydraulisch angetrieben. Ihre Drehzahl lässt sich stufenlos aus der Kabine an die Erntebedingungen anpassen. Der großdimensionierte Rollenniederhalter gewährleistet auch bei schneller Fahrt und großen Schwaden eine gleichmäßige Aufnahme. Voraussetzung für höchste Durchsatzleistungen. Falls die Pickup während des Einsatzes reversiert werden muss, wird der Rollenniederhalter samt Einzugsschnecke automatisch angehoben. Der robuste Antriebsstrang ist perfekt auf die hohe Leistung des Trägerfahrzeugs abgestimmt. Pickup und Schnecke werden separat durch Rutschkupplungen vor Überlast gesichert. Mit zwei Pendelrollen kann sich die Pickup dem Untergrund quer zur Fahrtrichtung anpassen. Über ein Hydrauliksystem lässt sich die Querneigung aktiv beeinflussen. Schaltet man dieses System drucklos, kann das Gerät freipendeln und mit einstellbarem Auflagedruck der Bodenkontur folgen. Die Führung übernehmen großdimensionierte Tasträder mit Luftbereifung. Ein drittes Tastrad hinter der Pickup gehört zur Serienausstattung und garantiert beste Bodenanpassung. Das Ankuppeln ist denkbar einfach. Mit den beiden Führungsrollen am Einzug fährt man unter den Tragrahmen der Pickup. Per Knopfdruck wird das Gerät aus der Kabine verriegelt. Ein optionaler Schnellkuppler stellt automatisch die Verbindung des Antriebs her. Für schnelle Feldwechsel werden die seitlichen Tasträder per Knopfdruck aus der Kabine hydraulisch eingeklappt. Bei der EasyFlow 300S bleibt die Transportbreite unter 3 Metern. Die KRONE EasyFlow – das perfekte Vorsatzgerät für die schlagkräftige Grasernte. Der Imperator DieATHAN